Der Arzt kam, hielt meine Hand, muss ihnen sagen, ihr Leben wird sich jetzt verändern und ja, sie haben Krebs. Ja, wir wollten uns den Karnevalszug anschauen und hatte aber leichte Symptome, die Rückenschmerzen. Wollte zum Arzt gehen, das anschauen lassen, alles hatte zu, haben gesagt, komm, gehst du vorsichtshalber noch zum Krankenhaus, lässt dir vielleicht was verschreiben. Es wurde Ultraschall gemacht, es könnte eine aufgeplatzte Zyste sein oder was weiß ich, Nierenstein. Und bin dann dort, musste dann dort bleiben. Auf einmal war das dann komplett surreal für mich. Der Arzt kam, hielt meine Hand, muss ihnen sagen, ihr Leben wird sich jetzt verändern und ja, sie haben Krebs. Ich hatte lange braune Locken bis zum Po, relativ voll. Und ja, das Abrasieren war an sich gar nicht mal so schlimm. Also ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Es war eher sogar eine Erleichterung in dem Moment. Und irgendwann wachsen wir wieder nach. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit einer Glatze weniger feminin ist, aber eine Perücke gibt einem schon dieses Gefühl der Femininität wieder. Auch wenn man ungeschminkt ist oder gerade nicht so gut aussieht. Aber man hat ja schon dieses Gefühl von vorher. Und die sind ja Kunst da, die werden von der Krankenkasse gestellt. Da gibt es erstmal super viel Auswahl, aber ich glaube 80% sind einfach so altmodisch, dass man als junge Frau eigentlich damit nicht raus kann. Und dann wieder einfach so viel anschauen. also unbeschreiblich, was es schon einfach eine Perücke für ein Lebensgefühl wieder gibt. Also als wäre so für den Moment die Krankheit weggezaubert. Also allein schon wie die Wehen, wie leicht die sich anfühlen und auch gerade so im Ansatz, man sieht ja gar nichts. Also es wäre, also es sieht so aus, als wären es wirklich die eigenen Haare und bei anderen Herstellern sieht man einfach, ja jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick schon und allein schon beim Tragegefühl, dass es super schwer ist und es ist wie, als würde es zu einem gehören. Ganz objektiv gesehen, die ganze Organisation, wie schnell das alles ablief, wie strukturiert aber auch das Menschliche. Also ich habe mich direkt gut aufgehoben gefühlt vom ersten Termin an bis jetzt und ja, ich finde, ihr seid alle super sympathisch und geht auch nicht anders mit einem um und man merkt, dass es nicht auf, ja Hauptsache Geld von jemandem abschlagen, es ist wirklich das Menschliche. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.